So, jo, hoi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mal mit einer Challenge mit Sandro. Servus Leute. Wir machen jetzt mal die, keine Ahnung, wie wir die Challenge nennen, auf jeden Fall müssen wir mit dem Fußball eine Mülltonne treffen, Leute. Da ist Mülltonne, da ist ein Fußball noch und von der Linie da machen wir oder schießen wir halt und der Ball muss auf jeden Fall direkt in der Tonne landen und der darf nicht davor irgendwie auf den Teer aufhüpfen und dann reinhüpfen oder sonst was. Der muss perfekt drin bleiben. Der muss drin bleiben auch, darf nicht wieder raushüpfen. Jeder hat zehn Versuche, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ah, ihr habt's an der Hand. Alter, Leute, da ist Scheiße dran. Ja, wieder le... Oh. Na, warte, putzt es in der Wiese da. Das geht nicht weg. Scheiße. Ja, weg. Alter. Wie. Also langsam. Schaut es euch an. Jetzt ist mir ein schöner weißer Ball. Alter Digga. Ball ja Scheiße. Was du jetzt am Schuh? Oh Gott. Oh. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es schaut so aus. Ach du Kacke. Das stinkt ja. War richtig schön. Alter Falter. Warte. Alter. Was sagt man dazu? Ich will die Scheiße abreiben und tappe jetzt auch der Dreck an den Finger. Das wird immer besser. Geil. Ich schieße jetzt einfach mal weiter. Dann hau mal rein jetzt. Scheiße war's. Ja, scheiße. Oh shit. Das geht voll. Das war doch eine Ballkarte. Nein! 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 Der Start! Schaut! 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 Er will halt nicht verlieren! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020